ich muss schon sagen die letzte folge ging krass lange ich glaube die mache ich vielleicht doch in zwei parts solange ich da aufgenommen habe ganz schön krass diese folge müssen wir ich war schon schlechter dran unter versorgung mit bestimmten verbrauchsgütern entdeckt wir brauchen definitiv mehr von diesen gelungen bioniche erweiterungen bionische erweiterungen werden gewonnen aus seltener erde offiziere gibt es auch schon krass aus seltener erde ich meine produktion aus ich nehme an ich kann bestimmt noch eins fahren Wieder ein Schutzfeld Wunderbar So Noch ein bisschen mehr seltene Erde Dann können wir noch weiter Krass wie weit das geht Jetzt haben wir wieder keine Energie mehr Muss man noch mehr Geld ausgeben Ah um Geld zu bekommen Muss man noch mehr Geld ausgeben Krasser Shit Halt zu weit Nicht dass ich das nicht noch abreiße Das wäre ja schlimm Warnung Energiemangel Ah klar Gibt's Gibt's keine Energiemangel Quatsch So ein Gelapp Ähm Ich habe jetzt seltene Erden Ich brauche einfach noch das Zeug Voll easy Junge Ah mehr von dem Zeug brauche ich auch noch Merke ich gerade so Habe ich davon irgendwo schon eins Muss ich haben Sind die beiden schon voll Ah ist eins voll Eins alter Eins Ein einziges ist das Eieieiei Ah Ganz schöne Produktion Ja Das brauche ich Das all I need Da nicht Hier noch so ein bisschen Oh Leute fehlen Leute fehlen Ach mein Gott Die Leute fehlen Erstmal hier Die Route noch ein bisschen Ein bisschen krasser erhöhen Sortiere Daten Jawohl Ich mache erst mal noch Leute hier oben Ich mache erst mal noch Leute Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte Hm Genau Obgeraden Da kriege ich auch noch ein paar Leute Lotterie Praxis Naja Das war jetzt nicht so krass der Birner Nur eine Firmenstufe Die Firmenmarken werden immer beliebter Hast ich immer noch was? Nee Erstmal wenn wir Spiele was bekommen Das ist schön Gebiet gesperrt Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert Ha Pause Empfohlen Ungewöhnlich lange Spielzeit Wollt ihr mich verarschen? Ha 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 Alles ob Alles ob Kann ich jetzt noch so ein Ding bauen Na Wenn ich genug Leute habe Ah scheiße Mann Mann Grenze erreicht Jetzt kann ich gleich nochmal mehr transportieren Routenübersicht Ja Nicht so krass viel Genau nur So Perfekt Jetzt müssten eigentlich Einige schon Full Ach ne Nicht ganz full haben Fast full Jetzt hab ich nur noch 12.000 Alter Ich bin nochmal bei 30.000 Mal schauen Jetzt rüben Ich habe letztens Einen Bonus Erhandelt Los Ja los Wie kommt das denn? Hm Wenn ich das und das einfach taue ich Warnung Unerfülltes Bedürfnis Nach bestimmten Verbrauchsgütern Einen Moment mal Halt Wisst ihr Reicht nämlich jetzt Wenn jetzt noch dieses Inter Diese Scheiße Fehlt noch Und davon richtig viel Grenze erreicht Flachs fährt mal wieder Flachs Flachs Neue Firmstufe Die Firmenmarken Werden immer beliebter Ah krass So kommen wir jetzt langsam Mal in die Nähe Dass wir Keines mehr brauchen Ah Schön Endlich Flachs Wetter Ein bisschen Ein bisschen Abunruhe So null Und Strom fehlt Aber nur ein bisschen Ein kleines bisschen So Jetzt geht's aufwärts Jetzt kann man nämlich direkt nach oben Kraden Ja So ein bisschen krass Ja Investoren Und erledige es einfach Alter Schwede Die sehen ja mal krass aus Ah Uns fehlt jetzt hier noch Ach komm Ich brauche jetzt einfach nach So ein Ein scheiß Zentrum hin Meine Fresse Bitte halten Sie sich dabei An unserer Richtung Meine erste Million Geil Meine Fuerst Million Warnung Unerfülltes Bedürfnis Nach bestimmten Verbrauchsgütern Replikatoren Gut gemacht Jetzt sollten Sie Stufe 29 Alter Ha Bin grad zweimal aufgestiegen Ohne Scheiß Krass 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 Jetzt gemacht 2 Millionen Alter Schwede So Was brauchen die denn alles Krass Was die alles wollen Ja Meine Fresse Ich mach ja schon was Mach schalt Was mach ich denn Mach schalt Das hier So Ne Das hier Ne Doch Ja Genau das mach ich Ich brauch ja plus 50.000 Damit ich weiter geht So Krass Scheiß Ey Why not Ach Wegen Dings Ähm Da den Keiner haben will Oh den Sonst trinkt uns ja das Teil nix Ah Keine Straßenanbindung Wie kommt das denn Schauen wir das mal woanders hin Schauen wir das mal woanders hin Eiei Eiei Halt Meine Fresse Nicht das abreißen Nein Sagt ihr weht ja So Die wollten noch ein bisschen was Die kommen auch da ran Können wir mal ein bisschen versetzen Ja So So Hm Wollen wir langsam noch so ein Teil bauen Kostet ja nur 3000 Irgendwo wo Platz ist Das Ding ist ja gigantisch So was von Hab ich eigentlich hier vorne so viel stehen Hält mir grad so auf Hm Ist ja lustig Hm Ich hier Watzel machen wenn ich das Ding hier vorne einfach hinsetze Hm 37.000 haben wir schon Oh noch besser was Bis zu 50.000 Mal so Wie viel reichen Krass Das hat ja schon gereicht Krass gereicht Neue Gebäude Wunderbar Ja da kann man jetzt noch warten Krass wir haben noch 7.000 Einwohner Spannend Sieht's denn aus mit dem ganzen Stuff hier Sieht alles noch gut aus Arktis Sieht nicht mehr ganz so gut aus Mach Dann reißen wir mal fast in die Arktis Gucken was da wann geht Hm cool Ah da waren ja die Leute Ah da waren ja die Leute weg So Da sind never Bum Bam 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 fehlt was sehr gut dann kann man weiter können instant weiter produzieren dann producen wir mal weiter ja heute habe ich viele minus 22 von den anderen krieg ich so viel zusammen hier eigentlich halt warum hier drüben noch so ein ding warte die energie ich brauche auf jeden fall bergbaplätze ich glaube es war es auch wieder für die folge bis zum nächsten mal tschüss